moin freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal in der letzten folge gab es ja die eine challenge die eigentlich recht gut lief aber dann echt beschissen wurde heute probieren wir uns noch mal in einem greed mode nein nicht mit isaac denn den habe ich doch schon man wir machen wieder random und kommen mit wem wir was machen aster cell mit aster cell mag ich mega schaffe ich es mit aster cell dann schalte ich auch gleich noch einen neuen charakter frei was natürlich mega night fair halo geile sache der erste herz container den wir haben was haben wir hier ja gar nichts wunderbar im shop haben wir auch nichts man würde ich sagen machen wir die erste ebene negativ was geht hier gerade ab wo ein bisschen laut muss ich sagen das ist echt heftig ich werde es aber später beim schneiden noch ein bisschen leiser machen das ist ja gar kein problem nein mann das ist ja weil wir brauchen auf jeden fall zwei schlüsseln nummer eins am warm oder ok und noch mal ditte holen war ist das dieses dem mit stinken nee das ist dieses nee das bringt mir gar nichts oder hier sprengen wir einmal was ist das hier holy schild nice ich weiß zwar nicht was das jetzt gerade gut für mich ist aber irgendwas positives wird es ja wohl haben ja los komm jünger komm komm dicker boom aber wir haben nichts nices mehr obwohl ich kann hier ein bisschen dumm machen was bekommen wir hier wird judgment ja mal können wir einmal machen bringt mir aber gerade nichts auch da will little dinge nehmen das ist nicht will little dinge na das normal dinge man geht doch mal fort wenn ich hier meine mission mache der muss auch weg weil der macht nämlich die ganze zeit diese komischen fliegen und so as rein lohnt sich nicht oder lohnt sich war der schon nice der ist richtig nice aber ich weiß es nicht nein kommt scheiß drauf ich brauche keinen freu nicht so und wenn die nächste ebene es wäre so nice wenn ich jetzt hier beim ersten versuch mit assistiert in green schaffe ich werde dann so happy was haben wir hier was ist das denn ich habe da wird bekommen kranker ok jawoll und in shop das ist das ist das ist das ist das was ich brauche nee das brauche ich nicht oder weiß ich will eigentlich alles haben weil irgendwie ist alles nice so junge und boom weg mit euch weg mit euch geht man man warum ist das spiel so unfair so jawoll komm junger weg aha ich bin gleich ich bin gleich matsche ich brauche auf jeden fall erstmal ein paar herzchen holen wir uns das oh nice scheiße und noch ein dinner holen wir uns das heißt wir haben jetzt drei herz container oh alter belastend ähm boah die musik ist echt fucking laut man soll jetzt keine ausrede sein aber es ist halt echt schon mega krank habe ich einen längeren strahl boah voll voll überfordert hier gerade aber wir haben ihn geschafft naja besser gesagt er selber hat sich geschafft ähm ja wir brauchen von mir so eigentlich gar nichts mehr oder vielleicht später hier ein bisschen stuff noch oder schoki schoki ist immer gut ne wer von euch mag kein schoki ich glaube das gibt es gar nicht das geht auch gar nicht boah man boah man ha 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 nein oh jawoll oh das ist alles nice aber hole ich mir auch nichts denn ich brauche leben freunde ich brauche meine leben glaubt es mir es ist hart es tut mir auch mega weh weil es sind so gute sachen da gerade gewesen äh all starts up auch gut damage alter damage damage holen wir uns damage gönnen wir uns so was haben wir hier nices ähm ja ok bin ich wohl zu schnell lang wir ja das ist glaube ich das wo wo wir unsere fehlgeburt irgendwie dran haben äh ja wir haben hier eine fehlgeburt ha 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 so boah alter komm mal klar so und jetzt du oh junge ich rasier hier alle ab nein man oh was wollen die oh nein nicht schon wieder geister ich mag die nicht hat man in der letzten folge gesehen und meine freundin sagt dann zu mir das sind keine geister das sind engel ich so ich mag keine geister ja guck sag ich doch na wir haben unsere missgeburt fehlgeburt ich weiß nicht ob ich ja damit richtig liege aber so komm junge boah und jetzt komm harakiri hier ha ha ast rein oh nein hier kein dünnsches dingel äh nein komm hab ich oh weg mit dir du machst mir keinen schaden mehr ja und ha meine ähm mein kleiner bruder hat es für mich gemacht ähm ähm erzchen brauche ich oh hier nice was ist das ist das doppel shot ja ooooh boah nice er scheiße ich muss glaube ich gleich ein bisschen flach und sprengen oh der nein 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 jawoll und ich krieg keine Münzen ich kriege keine münzen eine münze ich brauche noch zehn muss ich das hier sprengen oh heftig fünf münzen bräuchte ich noch komm digga komm mach was gut drei münzen wo können die denn noch münzen her bekommen nein hier kino herzen oh ah ok das ist ja das ist ja keine aufgabe ich kriege nix dafür belastend oh oder ne hier ist auch nix hier ist auch nix fuck ich will die spinne haben komm oder hier noch nein die ist einfach man warum eine hälfte haben wir jetzt geschafft Freunde eine hälfte haben wir jetzt nur noch die andere was ist das nehme ich mit ich weiß nicht macht mich das zu einem besseren wenn ich Tränen aufsammeln ich weiß es wirklich nicht so was haben wir denn hier so schönes ähm leben haben wir wir haben fliegen dings ja der Rest ist ja eigentlich eigentlich ist es ja immer immer das gleiche ne aber da haben wir noch ein paar sachen und was haben wir hier oh nice aha so also herzen haben wir auf jeden Fall erstmal genügend wir sind auch eigentlich schon recht gut mit damage befüllt aber nicht so guck mal läuft doch hier so machen wir den hier eben boah boah habe ich viel krassen damage na los komm boom ach hör mal ach da sind ja noch welche und so hoch die muss ja auch noch machen aber ich habe 30 minzen ich hole mir das hier ja das nehme ich auch mal ich weiß nicht was das ist sieht interessant aus aber mache ich mache ich mache ich mache ich mache ich mache es tschüss ab ok komm junge gib ihm nein nicht so boah junge was für ein kranker ding hier und ich bin einfach mal gleich tot fast tot aber wir haben hier ja noch ein paar leben boom haben wir und was gibt es noch loki halbe loki man komm gibt mir mehr halbe loki aber nicht nein nicht keine gegner mehr machen loki so was habe ich denn dann letztes bekommen was war das denn nehmen wir eins mit ja kommen wir nehmen es eins mit ich weiß zwar nicht ob das irgendwie was bringt was wollen die von mir warum ist das so na egal so wegen in die nächste und es sieht schon mal recht gut aus wir haben vier herz container wir sind recht stark das ist auch mega nice so hier ein billard kugel oder das in dem das short speed und der mit ab ja nice ich wollte nicht spielen ich will doch gar nicht spielen ach jo ich habe ja diesen komischen scheißhaufen page die heiß bessere pillen range ab karte bringt mir überhaupt nichts tag ich war oder nehme ich picken ein so das hole ich mir das gönne ich mir selbst das ist mein ding ja haha immer alle alle tot mache ich hier freunde ich mache alles tot den ganzen unnötigen sozial kontakt hierzu corona sind alles mutanten ja ja gib ihm alter nein nicht so alter wie viel gegner kommen nun jetzt noch aber hier die ganzen arschkicher nahe die popo pika haha ähm alter ist die musik im hintergrund krank man aha heftig ähm oh was ist da das ist auch nice das das gönne ich mir glaube ich auch noch ich weiß gar nicht was ist das hier ist das so eine komische bombe oder ist das einfach ja weiß ich nicht ich weiß nicht wie ich sowas bezeichnen soll da den mag ich eigentlich auch nicht so sehr deswegen mag ich ihn nicht und kommen aber ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ja nein der komplett mit ganz 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 vielen vorbei oder ist das jetzt ist ja gar nicht das ist die härteste version ähm hole ich mir was haben wir hier essen haben wir also leben können wir uns auch gleich nach ja ach 2 wie viel sind davon hallo warum sind da so viele von ja bleibt stehen jetzt ach habe ich dich verarscht na hast du nicht ja so aha oh ja man nice aber ich brauche ja leben kiki wo glaube ich nicht mehr oder ne außer ich bin hier ein bisschen dran los komm gib mir was du hast sieben verfickte münzen geschluckt man auch herzen münze münze ja komm nehmen wir eine glücksmünze mit in die nächste ebene oha das kann ja was werden gleich ne ähm kicken wir doch mal hier rein was wir hier so haben ja nichts gutes ne also aber mein leben ist übrigens wieder voll zum und und münzen habe ich auch reichlich bekommen ähm ne man ist doch scheiße komm welche karte holen wir uns freunde wir holen uns diese hier oder mit das ment bitte was gutes ja man aber auch hat mir nichts gebracht ähm ähm man nein nicht töten oha ach das sind diese explosiven na ja die mag die mag ich überhaupt nicht weil wenn die dann immer in meine nähe kommen dann ist das scheiße dann macht das bumm und ich sterbe dann und ey hallo kommt mal klar wo sie mir gleich eine batterie holen hä hä wo ist denn hier noch was ach da ganz groß fliegt es im raum herum und ich finde es einfach nicht weil ich gleich auch irgendwie schon ein bisschen tot bin oh nein ey kommt schon oh nein so haben wir es haben wir es ende ende ne ich brauche eine batterie oder leben leben nehme ich auch so das reicht ähm ey versteckt euch nicht alter aha astreien hat er gesagt ahahaha und match you on habe ich neue gegner freigeschaltet ob ich das wohl so gut finde ich weiß es nicht ich bin ich mag eigentlich meine gegner schon so ein bisschen Damage haben wir jetzt noch das ist auch richtig nice was haben wir noch oh nein warum das sind solche typischen räume zwei stück davon warum zwei stück nein ich muss mich verstecken ich muss mich verstecken so oh 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 jawoll alter so machen das richtige profis oh mein gott heftige lage was haben wir hier oh junge das war knapp ähm ne machen wir nicht machen wir nicht fliegen kann ich schon saugie ist stark saugie ist extrem stark aber ich brauche für greed meine meine herzen tut mir leid ähm was anderes wäre es wenn ich jetzt hier mir das hier noch holen könnte aber ähm dafür reicht mir leider mein geld nicht weil ich bin ja ein armer mensch achso da ähm ja runter in die letzte ebene in die letzte ebene freunde wir sind mit assassin in der letzten ebene auf meinem speicherstand ähm habe ich assassin also habe ich greed schon mit assassin geschafft ähm hab auch schon mal einen run mit dem neuen charakter dann gespielt ähm ist eigentlich ein ganz nettes kerlchen ne ist eine frau oder hier ein ein weiblicher charakter haben wir hier geheimräume nein 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 haben wir geheimräume haben wir geheimräume mach ich nein haben wir nicht so Freunde ja auf auf ne ooooh und ich hab das letzte mal keine ahnung wann Isaac gespielt äh das ist belastend ooooh 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 Die muss ich ja auch alle kaputt machen. Ich hätte aber auch gerne mal ein paar Herzchen. Nicht nur du, ne? Damit es ja auch mal gerecht ist. Oh nein, was will der denn immer hier mit seinen komischen Schlüsseln? Ha! Junge, Ast rein. Hat er gemacht. Komm, Junge. Ich bringe den jetzt sowas von kalt um. Oha. Oha. Warum nur? Aber die Musik ist angenehm. Aber trotzdem ist das echt beschissen, Mann. Ich hab's gerade noch gesagt. Ich bringe ihn jetzt um. Und dann... Ich war, glaube ich, noch in meiner Aussage drin. Und jetzt hören wir diese ruhige Musik. Und... Egal. Ja, dann probieren wir es halt irgendwann nochmal mit Ast was erzählen. Ähm... Den großen, weiten, schweren, anstrengenden, teilweise auch nervigen Weg zu Greed. Und dann... Kann er uns mal kräftig am Arsch schlägen. Denn dann machen wir ihn fertig. Äh, Freunde, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Die Folge, obwohl es jetzt ein Greed Run ist, ähm... Ging jetzt... Oh... 27... Ja, fast 27 Minuten. Ähm... Ich glaube, die letzten haben länger gedauert. Oder? Ich glaube schon. Ähm... Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und dann... Würde ich sagen... Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ab Oktober, ähm... Mitte Oktober, ähm... Gibt es ein neues Format auf meinem Kanal. Ich glaube, wenn das wirklich richtig gut ankommt, das was ich vorhabe. Also, dann höre ich auf mit meinem ganzen anderen Kram. Ähm... Also, abonniert meinen Kanal. Ähm... Bis Oktober ist es vielleicht noch ein bisschen hin. Ähm... Da könnt ihr meinen ganzen anderen Rotz hier angucken. Ha! Ähm... Aber ab Oktober, da kommt dann richtig krasser Stuff raus. Ähm... Ich freue mich schon mega darauf. Ähm... Ich bin auch schon so ein bisschen am Planen, wie ich das alles mache. Ähm... Ich werde da ja meine Freunde mit ins Boot ziehen. Denn dann, die hat wirklich Ahnung davon. Ähm... Wegen ihr mache ich das ja auch. Das, was ich dann im Oktober mache. Ähm... Aber ich selber habe auch Spaß dran. Also, wir... Wir zocken so momentan schon ein bisschen. Ähm... Um... Dass ich halt einfach in die Steuerung reinkomme, ne? Ähm... Denn es ist extrem anstrengend. Naja, Freunde. Lasst euch einfach überraschen. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir, äh... Ein Like auf dieses Video da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ähm... Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Also, bis mal. Sp subdivision. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017